Kann ich damit Bäume verbrennen? Geht es? Ach, keine Ahnung. Egal! In jedem Fall hab ich ne Kerze. Und hier sind komische Viecher. Nein, warte. Von hinten. Ja, ich wusste, dass hier kommt. Hütterhalt! Aber jetzt zieh zum Glück nur ein halbes... Oh, Bomben! Mein Gott! Ich kann gleich nochmal den vierten Tempel. Dann kann ich diese scheiß Pflanzenviele mich killen. Und ihr, lasst mich da rein. In the secret Ich warne. Oh mein Gott. Danke. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ein Ogre, ein Goblin, ein Vieh, hat mir Geld gegeben. Es hat mir Geld geschenkt. Das Spiel war freundlich! Oh mein Gott! Ich komm weiter! Ich bin Bomben! Ich kann keine mehr tragen. Egal. Bomben! Und du stirbst! Meine Laune wird besser. Oh mein Gott! Und die wird wieder schlechter. Ich wurde getroffen. Ah, scheißegal! Bomben! Und du da oben! Vieh! Äh, du da, wach auf! Ah, verpiss dich vom Eingang! Oh mein Gott! It's another secret! Bam! 30! Wow! Ogre! Bomben! Rubine! Bomben! Rubine! Ah! Fortschritt, Leute! Wir machen Fortschritte! Moment, bin ich hier überhaupt richtig? Egal! Ich geh trotzdem da lang, um einfach nur zu gucken. Und glaubst du, wie, das ist ein Flussplatz? War das schon die ganze Zeit da? Bitte sag mir nicht, dass der die ganze Zeit schon da war. Ach ja, hier. Da saß hier irgendjemand anders. War das? Das soll es ja eigentlich der... Cool! Hier sind ja schon Räume mit nichts. Guck mal, mein Ding, das wäre ein Tempel, weißt du? Dann fragt man sich so... Ja! Ich komm weiter! Und damit das Spiel dir dann sagen kann... Bäh! Mäh! Und rotzt dein volles Gesicht. Und ich ahne schon... Bam! Bäh! Und ich kann immer noch keine tragen. Egal! Bomben, verdammt. What the? What the? Und warum kann ich sowas tun, wenn es mir nichts bringt, im Endeffekt? Und da sind so viele Gegner. Mann! Egal, lauft mich ja das Herz. Oh yeah! Oh yeah! Wir werden immer... Fee! Oh mein Gott, was ist los? Was ist los? Ist... Was ist kaputt? Das Spiel... Oh mein Gott! Irgendwann wurde gehackt! Vom... Ähm... Na? Genau. Oh Gott. Ja, das Spiel will mir nur Motivation geben, weil ich hier schon so viel aufgenommen habe, damit ich auch weiter so viel aufnehme. Ja, ja. Ich hab dich durchschaut, Spiel. Aber... It's... Ähm... Mir egal. Because I have... The Boomerang. The Master Sword. Ja, ich hab wieder Rubine. Ich hab die Kerze. Ich hab ein neues Herz. Ich hab... Oh mein Gott, ich hab alles. Ich hab alle... Und schon wieder Timestop. Ist das doch nicht wahr? Was ist mit dem Spiel los? Ist es kaputt gegangen? Und nochmal Timestop. Oh mein... Gut, langsam wird's gruselig. Langsam ist Sepp jetzt ausgelaugt. Von wegen... Spiel hier, ne? Verarsch mich nicht. Das ist jetzt nur so freundlich, damit es mir irgendwann in einem unachtsamen Moment wieder in den Rücken fallen kann. Ansonsten zu sagen, pah, kann ich mich damit eigentlich noch töten? Wow. Ich mach euch Schaden. Aber ihr sterbt nicht. Bisschen nervig. Ich kann das nämlich nur einmal einsetzen, Pokate. Aber irgendwie glaube ich, in Erinnerung zu haben, dass man damit Bäume zerschnetzeln kann. Wenn ich jetzt nur noch wüsste, wo die Bäume waren, die so aussahen, als könnte man sie zerschnetzeln, dann wäre das auch ganz cool. Das jedenfalls nicht. Das jedenfalls nicht. Wobei, wenn ich jetzt wieder so viel Energie habe, könnte ich das eigentlich ausnutzen und wieder zu dem komischen, äh, whatever, Pflanzenvieh gehen, deren vorhin noch ein Boss war und jetzt auf einmal ein normaler Zwischengegner, wie es mir scheint. Nein! Werde ich nicht. So, wenn ich jetzt noch wüsste, wo es zwar da, wo es da hingegen zum Boss... Oh, warte. Du siehst... Nein. Falsch. Fail. Einer von euch geht auch bestimmt kaputt. Du. Auch nicht. Keiner von euch. Was ist das denn jetzt hier? Und fe... Und heil mich. Ja, kurz vor mir aus. Mhm. 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 So. Einer von euch geht aber kaputt. Bitte. Nee, auch nicht. Die Bäume sind zu stabil hier. Okay. Wisst ihr, was ich mache? Döhm... Dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö. Ich kehre zurück... ...zu Tempel 4. Warum ist der Boden da so komisch? Und warum bin ich hier wieder falsch gegangen? Wo ist Tempel 4? Kann man das jemals sagen? Ah, in die... Ja. Nee, auch nix. Toll. Ich hab jetzt... Ich bin die ganze Zeit an verdächtigen Bäumen vorbeigelaufen. Jetzt, wo ich etwas habe, um die Bäume zu... Glaube ich zumindest, zu zerstören... ...finde ich die Bäume nicht mehr, die so verdächtig aussahen. Nein. Stattdessen laufe ich rum und... ...verletze mich durch irgendetwas, was ich nicht gesehen habe. Was da war. War das Tempel 3 da rum? Ich weiß es gerade nicht. No. I'm richtig here. Okay. Hau ab. Hau ab. Rrrr. Wow, okay. So, nun gehen wir links... ...und geradeaus. Links, rechts, geradeaus. Ne, warte. Runter und da. Du stirbst auch jetzt, wenn ich dich treffen würde. Und, ups. Oh mein Gott! Rrrr. Es kann Licht machen. Es kann Licht machen. Nicht. Ja, genau. Das geht einfach mal wieder aus, wenn ich den Raum verlasse hier. Spaß. So. Und... Oh mein Gott, Geld. Boah, was ist mit dem Spiel kaputt? Es ist auf einmal so benutzerfreundlich. Ja, und ihr sterbt sogar dadurch. Was ist das denn bitte für eine geile Scheiße? So. Guck mal da. Feuer und Feuer und Feuer. Und alles ist irgendwie mächtiger als das Schwert in diesem verfickten Spiel und was zum... Okay, so. Vier Herzen. Und... Nein. Bomben. So. Bäm! Bäm! Nein. Nein! Was ist das? Alter Schwede. Das Vieh ist so unendlich immer. Ohne Witz. Es rastet man 105 Milliarden 1668,5 Periode 12,3,7 Stundenkilometer rum und kann von nichts getroffen werden. Was ist das? Was ist das? Oh mein Gott! Okay, gehen wir weiter im Kreis. Alter, es muss doch einen anderen Weg geben. Vor allem... Wo ist Tempel 2, bitte? Mein Gott! Ich muss doch irgendwo zu Tempel 2 kommen. Nein! Ich hab... Oh Mann! Jetzt hab ich die Bombe verschwenden. Und das kann mir Schaden machen. Jetzt weiß ich auch, warum ich grad eben Schaden kassiert hab. Geh weg! Geht alle weg! Geht aus meinem Leben! So, wo geh... Ah! Wo geht's unten lang? Not. Nothing is here. Nein, Bergteil. Auf Berge hab ich keinen Bock. Links. What? There. This is down. Da ist wieder nichts. Was ist denn? Wo? Zum? Ver... Ich vergreis mir, aber wo muss ich hin? Das Spiel hat sowas von keiner Organisation. So was kennt... Autsch. Dieses Spiel nicht. Kann ich euch verbrennen? Nein, natürlich nicht. Wieso auch? Es wär logisch, wenn ich mich verbrennen könnte. Hilfe. Und das ist so absolut scheiße, dass man das nur einmal auf der Karte einsetzen kann. Also hier das Feuer so... Wuhu! Wart, nein. Kein Bock auf euch. Hau da ab. Lasst mich in Ruhe. Guck mal. Äh, ich kann sie nicht treffen, weil sie fliegen. Frage nun. Wieso können sie mich treffen? Das ist nämlich Nintendo-Logik. Zumindest alte Nintendo-Logik. Und was mach ich hier? Leute, ich höre auf. Ich hab keinen Bock mehr. Bis morgen. Tschüss.